Ähm... Ach, ist das die Map? Ah, das ist die Map. Stargate! Oh, fuck. Ah, die ist geil. Und Glock. Stargate! Stargate! Da möchte ich gerne hin. Boom, 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 boom. Wir kaufen dein Auto. Wow. Hier liegen sehr viele Waffen. Sehr viele M16s. Timba ist es. Ah, ich bin sie preparing! Ah! I'm going down. Timba! Timba! Oh, ich hab ne Glocken. Schön. Äh, wir sitzen jetzt an und die Glocken. Warte mal, wo liegen denn die M16 rum? Hey, geht mal. Überall. Ich hab so keine Ahnung, ich seh... Äh, ich hab hier den ganzen Raum voll. Warte, warte, warte. Irgendwelche ist hier. Guck dir, Modelsound hier. Sehr gut. Eine Präsentation. Wow. Eine Präsentation. Eine Präsentation. Monstrum, was geht denn bei dir? Du bist in der höchsten Navy, Jenny, und die machen ein Powerpoint-Präsentation. Wow, wer ist das, der ist Chris? Chris, 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 Chris. That's me. That's Powerpoint. Das war jetzt knapp. Der wird auf der Map auch Jaffer-Waffen. Was denn Jaffer-Waffen? Was? Was ist das? Weißt du, Thomas? Weiß ich nicht. Ja, so heißt mein Nachbar. Ach so. Sieht ja auch aus wie der Thomas. Ne. Ist das wie der Kid, Mann? Ja, da war gerade Chris. Du bist doch der einzige, den ich bisher gesehen habe. Okay, ganz am Anfang, Dave, im Preparing noch. Ja, ganz ehrlich. Ich hab nur einen Dixon. Gibt's sehr viele M16s. Ich hab mal den Christian gesehen. Du hast ihn gesehen? Aber du hast mich nicht gesehen, weil du mal am Rücken zu mir standest. You sneaky little bitch. Ja. I'm sneaky. Oh, was ist... Wer macht denn ständig den Aufzug auf und zu? Das geht nicht. Ich, aber das geht nicht. Der vorne drunter. Ah, jetzt da. Was zum Fick machst du? Was? Was? Hey, warte, G! Hihihiihi. Was du bist jetzt? G, das war jetzt gerade hardcore verdächtig, aber du hast mich nicht erschossen. Ja, wird jetzt alles verdächtig. Du hast mich nicht erschossen. Das ist schon mal... Naja, bla bla. Hey, warum ist das jetzt schon wieder zu? Guten Tag, Herr Christian. Hi, G, da drüben ist... Hallo. Ah, hallo Jenny. Ich hab's nicht gesucht, aber es war schön Hallo zu sagen. Wie kann man die Sachen denn hier wieder aufmachen? Ich tanze auf den Tisch. Keine Ahnung. Wenn ihr jetzt Kuh seid, löst ihr die Thrill-Waffe aus. Na, leider. Au! Ich würd so was von, die hab ich grad eigentlich auch gehabt, aber... I cannot. War das, Dave? Und schau mal, da ist die Stange. Was? Waa, 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 waa. Ne, hier sind wir schon wieder zu viele. Wir werden schon auf ein Leid. Wray, waa. W channel-Wall. Wyll, waa, waa. Le-le, waa. Waffe von den Jafar halt du stehst ja ich habe den chat vor gelesen ich habe ich kenne mich da leider überhaupt gar nicht ausdenken wie macht man das portal ein ja das versuche ich auch schon die ganze zeit ihr müsst alle sachen aktivieren und dann ich glaube ich sterbe jetzt oder das geht immer in eine richtung ja genau das wenn du wenn du das portal von dieser seite aufmacht dann darfst du auch nur von dieser seite durch wenn du dann von der anderen seite versuchst durchzugehen dann stirbst du ja ich habe ich kenne star trek nicht ich kenne es da beides bescheuert kann man dieses ding eigentlich nur als trete aktivieren geht alle können das aktivierst du das denn von der seite wo ihr seid an dem ding holen das fenster ist einfach auf dem bildschirm ok das ist aber weder star trek doch star wars ist da gehen also ich muss zu beendet wo du bist warte mal ja gut da geht dann halt ich komme doch aufkommen ich bin doch ich komme ich habe die troffen scheiße sorry ja entschuldigung weil die mich angesprungen hat also fast ganze zeit im obel office gewesen und wollte eigentlich sagen ich bin der präsident aber irgendwie ist keiner aufkriegt hatte ich komme nach oben da ist so still hallo kristin dumm ist der präsident heikett mal wow mich der präsident mich der präsident ist das noch mal dave 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 jenny war wer ist das da ist jenny ok jenny hat sich erledigt jenny dave vielleicht die also sitze wieder in der ecke das wollte ich sagen ob ihr habt das portal aufgemacht auf die bildschirme klicken kann sagen immer noch auf die bildschirme das habe ich euch gemacht zum dritten mal in dieser runde keine ahnung drei minuten geht scheiße ich habe nur so eine blöde ich meine ganzen moni aufgenommen ich bin gerade einfach über konzesse verschirmen also ich bin gerade bei dem sage jetzt gewesen ich bin gerade hier reingekommen es ist der einzige der diese zeit kommt vor allem weil du gesagt hast du bist auf der anderen seiten vom stargate nein ich war hier vorne beim stargate schade ich habe das portal aktiviert ja du bist vielleicht zu früh durchgelaufen oder zu nah dran gestanden ja schon und jetzt rennt durch also ja ja dann stirbst du du musst warten bis blau dann geht es aber ich habe doch gewartet bis blau anscheinend die weg hat einfach nur hallo sagen und dann auch immer so wirst du ja auch hier live geh weg wo ist das weg wegIND BASTER Gente haa das ist voll ächer kkk ratatatata Non Nein Nein bitte N ja nein das geht so nicht danke Danke so kann man auch aneinander vorbeigehen hauptsache keiner gibt nach okay hallo ja wo ist denn der überhaupt ich zeig das nicht was wie macht man das an kann man auf den drauf drücken ok dave ist übrigens bei mir gell nicht wahrscheinlichkeit hoch das ist aber aber ich bin in der wüste ich bin da der aufzug ist nicht sehr vertrauenswürde ich möchte kurz anmerkung der aufzunehmen was denn auch ich bin einfach weggekommen ein bisschen geduld bitte den jenny den 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 da war ich auch gerade die ganze zeit ist aber niemanden aufgefallen ich lebe noch stellt euch beide mal auf die auf die plattform ich bin der präsident los die exe tür nicht auf was macht ihr da weil ich gedruckt bin ich habe alle türen zugemacht weder schießt mich jetzt ich habe euch doch gerade erklärt was ihr nicht machen dürft bei mir war es tatsächlich so doof ich habe das Portal von der Sandebene aus aktiviert stand aber zu nah dran als das aufgegangen ist und dann hat er das als durchgehend gewertet und so bin ich gestorben ich dachte ich dachte es wäre aktiviert von meiner Seite aus gewesen dass der Doktor nochmal raufgedrückt hätte ich wusste nicht dass der Kickman da drüben ist es war ja gar nicht ich wollte ja gar nicht durchgehen ich stand einfach nur zu nah dran ja das habe ich vorhin legit so erklärt also das ist jetzt hier aber es reicht doch wenn ich dir bei eco zuhöre hallo Jenny 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 hat gerade auf mich geschossen aber sie hat daneben geschossen ich wollte es nur sagen nur weil ich ihr eine Sekunde zu lange im Weg stand hallo ich habe gepupst man riecht es äh welches links fällt noch Entschuldigung ach jetzt ist das schon wer tot hallo hä lebt noch jeder also ich lebe noch es ist aber sehr ungünstig wenn hier jetzt alle tot sind geht mal Jenny Doc Chi ja was soll das ich weiß jetzt nicht ob du es bist oder ich oder wer anders ich glaube du solltest wissen ob du es bist oder nicht ich bin es nicht es gibt es ist wahrscheinlicher dass einer von denen noch lebt und nix sagt aber ich weiß es nicht ich habe einen spaß hier und was machst du das sage ich dir nicht warum nicht ich will auch teilhaben nee ja endlich hat es mal funktioniert ey ich war gerade im Portal wir machen da die Dinger ich nicht ah da ist das Dave Dave ja ich bin es ich dachte ich wollte ruhig sein weil einer von euch ja scheinbar der Traitor sein muss deswegen also ich bin ja du willst mir das doch nicht erzählen ja du kannst gerne die Tür bewachen ich bleibe einfach hier drin dann kann ich niemanden töten ich stichst dich gleich ab nein mach nicht wird schon so oft von Innocence getötet was ist mit Jenny und Dings passiert jetzt Chi ich weiß es nicht ob die tot sind ich habe die nicht gesehen die ganze Runde doch Jenny ganz am Anfang als sie mich erschießen wollte also aber daneben geschossen hat ja vor allem mit was ich habe ja kein Thomas gehört mit was hast du die denn gekillt dass die nichts mehr sagen ich habe die gar nicht gekillt aber ich weiß es nicht ich höre noch dein hier ist noch Jenny auch noch am Leben ah hier ist es Jenny ist es könnt ihr mal aufhören ständig auf meiner Tastatur zu gehen warum meine Tastatur sagt überhaupt nichts wie sieht es über meinen Lebensstatus aus ich habe deine Tastatur gar nicht gehört ich habe sie hören ist Jenny gemutet Jenny ist fullmute Jenny hört gerade gar nichts ich sehe ich nur wie deine Leiche drüber auf dem Fensterbank liegt aber war es denn jetzt Jenny oder war es Chi ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe mir jetzt ich habe mir jetzt Jenny das Geist und Jenny ich rede ich wollte es gerade machen und frag was wolltest du machen was ist das geistig ach so ich wollte mir jetzt Jenny das Geist und die Jenny reden lassen das ist alles schlau das war die Jenny ich habe übrigens noch einen sehr interessanten Traitor-Therik in der Tasche der ein bisschen böse ist muss ich gestehen aber vielleicht schaffen wir es heute ihn noch einzusetzen ich will ihn irgendwann gerne mal bringen okay da haben wir also fast alle noch gelebt ja bis auf Jenny scheinbar ja er hat mich aus Frust an der Treppe sorry aber wer ist denn das Aua hallo komme ich da heute noch hoch und ich sterbe komm her Aua ich habe 26 Apäne aber ich versuche die Leitern ausgeschnitten nein das ist der Kippmann ich bin hier mit Fühleitern das ist ganz ganz schlecht das ist super schätzungsweise werden etwa 50% der Menschen auf dieser Map durch Leitern sterben yes im Schnitt sterben in TTT alle sieben Sekunden Menschen an Leitern helft dir etwas zu ändern ich bin nicht unter dir Aua 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 müde dich nicht ab wir haben Klettern nein ich habe Schaden gekriegt es war nicht es war aber nur elf ja war nur elf ja ich lass mal Nemo erblinden ne nicht Nemo wie heißt der Vater von Nemo Marlin Marlin Heerbert Hubert 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 war das soja ich habe unten jemanden vorbeilaufen sehen ich dachte das wärst du nein ich stand schon die ganze Zeit hinter dir wer kommt dann eigentlich wieder runter hui guck guck äh gar nicht gut guck guck ähm du kannst von dem Regal aus in die Tür springen an der an der an der an der wer ist das da oben da ist der Stork also Jenny da herrüben liegt er liegt übrigens an Honeyblad ich beweg mich von hier nicht mehr weg ich habe 5VP ok warum seid ihr eigentlich alle fast tot liebe traitor du musst sie arme scheiße ja warum habt ihr ihnen alle gevotet weil sie cool ist so der erste ist tot wer war's oder leben noch alle da ist das lila ist lila tot au ich bin von Leiter gefallen Mist also alle außer lila leben noch oder warum willst du die gleiche mit durch die wand nehmen jetzt ist die in die Schublade gefallen echt zu weit ok dann mach den scheiß ventilator aus nein niemals schlechte Erfahrung ne au warte Jenny warte Jenny bist es du ich schieße es auf aua ein Schuss ein Schuss und tot der Waterdose weil der Waterdose ist noch schön ich wollte ich wollte mit der AWP hinweg weil immer war irgendwie ne dritte Person draußen ich glaube jetzt haben nicht gerade alle gesehen wie du schießt Jenny also zumindestens hat's Chris gesehen Dave hat's gesehen die AWP genommen sondern mit meiner stinknormalen Waffe äh geschossen ich dachte ich hab ihn getötet weil er nach hinten weggefallen ist hä hä ja unter der Apparetsball ums Eckkämmer wie der Ventilator klingt wie ein Hubschrauber es ist halt anders wie dass man nicht an dieser scheiß Leiter kann ohne dass man komplett runterfällt ja du hast einfach nur zugeschaut wie du einfach stirbst so ja dann werde ich mir gedacht ich hab 5 Leben fick die du hast dann oder 5 Leben und dann dann komm irgendwas dann wollte er mal Sekunden ja aus Ernst schießen aus Ernst aus Ernst aus Ernst aus Ernst aus Ernst ohhhh der war jetzt aber der hat aber wehgetan jetzt Cheap der ist nur alt sag mir nicht du kanntest den nicht Cheap Cheap bitteschön nur weil nur weil ich der Opa dieser Hunde bin magst du drüber spüren wie du bist du mir willst auch okay soll ich mich sagen wo kommt man eigentlich hier nach oben ist doch wohl so hau mich nicht ich schieße wenn du mich haust wir haben mich gehauen ihr habt die tipps ne komm ich hab die tipps ja ich sehe das auch jetzt schießt er auf mich naja ich hab daneben geschossen tschuldigung tschuldigung das war mein Handy Telefon Telefon na Dave wir sind ja richtig dreckig in diese Runde mhm warum die Gornsteig ich bin nix warum kannst du da rüberspringen ah weil ich das auch kann ja das ist Skill oh oh nein der letzte Player wurde erschossen da ist schon wieder Dave Dave was machst du da eigentlich der ganze seit hinterher Christian macht gar nix hallo hallo da ist Chris da ist na das ist ein Big Bad Leiter da ist fix nicht drauf da oben der Dave der ist da oben am campen na und da unten läuft Jenny ok doch hallo Camper sau ha Dave bleib doch mit deinem Kopf stehen bleib doch mit deinem Kopf stehen nein Aua Christian schubst mich weißt ich könnte dich jetzt auch abschießen Dave Ja das aber du bist eh nur weil du rüberspringen Christian schubst mich Christian er explodiert gleich wenn er sich weiter so bewegt Dave nein 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 oh mein Gott nein 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 oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich hatte es sogar für eine waffe in der hand ich habe ja nicht so fett alt fett schwabe ich will noch das stimmt das habe ich ich habe einen neuen freund gefunden ich bin ja ganz lieber was ist das einfach so fliegt keine ahnung deshalb ja schon aber ich kann nicht raum zum und ist es weg ich komm das bewegt ist die große hinterm haus und dachtet sich finden einen schönen ruhigen platz hat sie ja hervorragend gemacht hast du ihn dazu gebracht runterzufallen hier links rein du meinst mitten im raum ich habe meinen freund verloren hier aber weißt du was das komische ist der doch gut mit einer waffe getötet wer wer ist es wer ist denn ich wollte ich gerade erschießen ich finde super ich habe erschossen das kann nur dave sein der ist ein bisschen agro gerade erst waren chi und dog die ganze zeit beieinander und und kitmacher dave die ganze zeit gesehen und ich weiß nicht wann ich wen hätte erschießen oder dass irgendwer das gesehen hat ist voll gemein dass ich hier ein schokoladenpapier liegen habe aber keine schokolade mehr drin ist wenn du das genau das passiert mit mit menschen die andere als hässlich dick und und sowas bezeichnet alt stimmt alt war es noch ich war ja einkaufen habe extra nichts mitgenommen damit ich nicht so alt und hässlich und fett werde wie kidmann der gar keine schokolade ist ne ja ich jetzt auch keine schokolade mehr ja ja weil sie die schon aufgegessen hat ja richtig wer ist in dieser runde traitor eine wunderschöne buppe bist du der war das noch mal lila war das damals immer traiter war oder mal hier so über die blumen drüber so richtig schön rüber ich glaube ist es bist du noch also der christ steht hier und bewegt sich nicht ist ja noch afk der machte genau einen schaden pro tipps das volles süße katzenbild wie ich einfach schon durch das loch geweckt die schüsse sehr was ist jetzt los ja sie hat mein logo gesehen und war aufgrund der schönheit geblendet deswegen musste sie es abschießen damit nicht mehr ganz so stark blendet ich war nur afk und irgendwer ist gerade runter gefallen und ich glaube ich weiß auch wo der gute geht mal ist die die verderbensleiter die wirklich heiße ich kann da nicht mehr runter christian ich glaube ich versuche so ein bisschen von weg zu suchen aber gegen den münchen sind und ich dich ist nennen und die anderen dich christian nennen und bei dem anderen ist es genau andersrum das wird super verwirrend ich freue mich so hardcore auf münchen ich habe einen freund dabei es ist mein freund ach jenny hast du viel mit der f2000 klossen die leer war davon da habe ich moni rausgenommen die wahrscheinlichkeit ist hoch dass ich gleich stirb ich bin gerade da oben gewesen wo du das letzte mal oben warst wo ich gefragt habe wie bist du da rauf gekommen und du gesagt hast über die tür und ich bin darüber geheitet zu der leiter ich gehe gerade in der mitten unten und ich mache das nicht gerne also lieber traiter bitte kill mich danke ich habe ich bin nicht getötet worden die ich bin von der leiter gefallen das ist das ist legitim der ist vor mir wer von euch hat der einer geschossen ich weiß ich habe währenddessen mit mit meiner meiner kalt geschossen ist mit der kalt in meine richtung schuss ja also ich habe die auf jedem verkehr wie du mit der kalt schluss muss ich konnte mich nicht aus der ecke bewegen ich war eingesperrt von dem ich konnte sich an weil der war in der mitte vom raum und hätte dahin zielen können ich habe nie mein leben am friendship beam eingesetzt und das ding ist du hast auch nie den advanced disguise eingesetzt und dann hast du aber den trotzdem probiert letzte runde oder das ist ja das stimmt das kundtrennt war doch nicht direkt durch kann und jenny das war richtig fies mitte ist es kann also aus meiner perspektive dieses jenny oder die oder oder ich bin doch unsicher ich bin gerade wo der zukämmert ist hier gerade was da passiert und hihihi also also das ist auf jeden fall nicht wir machen das unter euch beiden aus also naa i fuk you guys ne ich mach hier gar nichts fuck you i'm out faktisch shit i'm out ne tj ne du bist du bist du ich glaube du warst es nicht das das beweist nur dass du doof bist ich hab's von der runde gesehen okay 3 du musst drei haben also davis gerade darunter wo du rauskommst ich bin die leute hochkommend ich war im eck und du bist an mir vorbeigesprungen ach komm pischer auch das ist wieder ja das bin ich 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 wo ist das medikett was ich beim ventilator bin ich die leute hochkommend ist das medikett kann ich nicht verwenden ist es schlecht wurde wie den tod von eben nach und kittmann bis nicht warum suche ich eigentlich noch die eigentlich brauchen nicht noch die suchen eigentlich sollte mich vor dir verstecken eigentlich schon aber warte mal du hast wahrscheinlich leitern sind echt im spiel auf jeden fall alles kostet ich bin auch das ist wow du hast ja erwischt wau ist im mtt resort schon mal glaube nicht alle laufen wir hoch bleiben was ist das fern 13 fern ist der so rosa was passiert jetzt ich würde gut runter gehen und dann steht er in der ecke und dann kommt er auf über die leiter und geht auf das wort und magic und stuff kenne ich auch das spielen aber ich habe selbst nicht gespielt mit den ratten vollen